Moin Moin und ein herzliches Willkommen bei Finanzglocko. Heute geht es um 8 konservative Aktien, die man im Depot haben sollte. Ja, und ich habe die meisten von diesen 8 auch selber im Depot. Und ja, es muss nicht immer ein Technologiewert sein. Jetzt natürlich in der letzten Zeit oder in der Krise, jetzt Corona-Krise, sind die Technologiewerte natürlich nach oben geschossen. Aber bleibt es denn immer so? Also, wenn man das natürlich nicht weiß, ist man natürlich sehr, sehr gut beraten, wenn man auch konservative, defensive Unternehmen im Depot hat. Und ich habe jetzt 8 Unternehmen mitgebracht, die diese Kriterien erfüllen. Beginnen wir auch direkt mit dem ersten Unternehmen aus der Schweiz, Roche aus dem Sektor Gesundheit. Man sieht hier Qualitätscheck 14 von 15 Punkten. Das ist schon mal sehr, sehr gut. Dazu haben auch diese Unternehmen eine solide Dividende. Das können wir uns auch anschauen. Wie viele Punkte hier auch? 14 von 15 Punkten für den Dividenden-Check. So, dann schauen wir uns mal an. Also, wir sehen hier Eigenkapitalrendite 40%. Das ist sehr, sehr gut. Die Volatilität ist sehr niedrig, also das Beta. Man sagt ja auch, wie weniger das Unternehmen schwankt, also die Aktie schwankt, desto besser ist das eigentlich, desto weniger Risiko hat man. Und dennoch kann man sehr, sehr gut daran verdienen. Hier sehen wir Performance pro Jahr ist bei Roche jetzt nicht so gut gelaufen. Nur 4% gibt es besseres, aber dafür ein sehr solider und zuverlässiger Dividenden-Ausschütter aus der Schweiz mit der Währung Franken. Das wäre so ein Unternehmen, was als Stabilisator im Depot richtig, richtig gut sein kann. Man sieht hier noch Dividende etwa 2,5 bis 3%. Dann kommen wir zum zweiten Wert. So, das ist der Sumrise aus Deutschland, aus dem Sektor Chemie. Hier haben wir auch 14 von 15 Punkten im Qualitäts-Check. Dann können wir noch Dividenden-Check gucken. Hier 10 von 15 Punkten, also noch gerade mal so im Soll. Wir sehen auch hier, Eigenkapital-Rendite ist gerade mal so mit 15% in Ordnung. Qualität hier unter 3%, das ist sehr, sehr gut. Also es schwankt sehr, sehr gering nur. Performance, 14% fast. Das ist schon sehr, sehr gut für einen defensiven Wert. Hier sehe ich bei Sumrise sowieso noch mal richtige gute Chancen in der Zukunft, noch weiter im Kurs zu steigen. Hier sehen wir einen Kurs. Also der ist jetzt in den letzten, sag mal 4, 5, ja 5 Jahre, hat er sich der Kurs verdoppelt. Ist nicht atemberaubend schnell gewesen, aber dennoch sehr solide. Hat Dividende bezahlt, hat Kurs in 5 Jahren verdoppelt, also was noch mehr. Zudem muss ich sagen, Sumrise steht auf meiner Watchlist. Und hier glaube ich, dass Sumrise noch viel, viel höher stehen wird im Kurs. Weil, ich sag mal, der Trend für die ganzen Stoffe, also Kunstersatzstoffe für zum Beispiel, also Fleischersatz. Da ist Sumrise natürlich sehr, sehr gut dabei, diese ganzen Sachen zu liefern, also aus dem Bereich Chemie. Das wäre halt das zweite Unternehmen, was ich als konservativ betrachte. Dann schauen wir uns das dritte Unternehmen, das ist Johnson & Johnson. Das Unternehmen ist ja einer meiner größten Positionen im Depot. Aus dem Bereich auch Gesundheit, wie wir sehen. Wir können hier nochmal den Dividendcheck anschauen. Hier hat er 15 von 15 Punkten von dem Dividendcheck erhalten. Ja, man sieht hier, Dividenderendite circa 2,5-2,6%. Dividenderendite hier nächstes Jahr 2,8, dieses Jahr etwa 2,7%. Dividenderendite also doch schon sehr, sehr gut. Ununterbrochene Zahlungen, 35 Jahre ununterbrochen. Dividendwachstum der letzten 5 Jahre, 6% wurden Dividende jährlich angehoben. Das ist auch sehr stabil. Man sieht also zwischen 6 und fast 7% jährlich seit den letzten 10 Jahren. Also Jahr für Jahr wird die Dividende um 7% angehoben. Solche Unternehmen braucht man im Depot, um durch Krisen ganz, ganz, ich sag mal, vernünftig durchzukommen. Weil nicht alle Krisen, wie jetzt in der Corona-Krise, profitieren von der Technologie. Also Technologiewerte profitieren nicht immer davon. Das kann auch mal anders aussehen. Und dann ist man froh, wenn man natürlich konservative, defensive Werte wie Johnson & Johnson im Depot hat. Also das ist nur meine persönliche Meinung. Ich habe das Unternehmen auch sehr, sehr stark gewichtet. So, also Johnson & Johnson, ein sehr, sehr zuverlässiger Dividendenausschütter. Also ja, dann kommen wir zum nächsten aus Großbritannien, GlaxoSmithKline. Aus Großbritannien kann man unter, ja, Dregory, Gesundheit, Richtung Procter & Gamble, aber auch Richtung Johnson & Johnson. Also so eine Mischmarsch ist das ja halt. Auch hier ein Qualitätscheck, 13 von 15 Punkten. Wir können uns hier auch mal kurz den Kurs anschauen, wie er sich verhält. Man sieht hier ein eher, ja, rückwirkender Kurs. Vor fünf Jahren lag der Preis noch bei etwa 50. Jetzt liegt er nur noch bei knapp über 40. Das sehen wir auch hier vorne, wenn ich mal auf der Bühne bin, sehen wir das, wo er sich gerade bewegt. War ja bei 33 Euro. So, aber nichtsdestotrotz ein sehr defensiver Wert aus Großbritannien. Man hat ja so aus der Schweiz, wir haben jetzt Johnson & Johnson aus den USA, dann haben wir Sunrise aus Deutschland. Wir haben GlaxoSmithKline aus Großbritannien. Man sieht also auch nicht nur aus einem Sektor, sondern auch auf Länder verteilt die konservativen Werte. Umsatz der letzten fünf Jahre wuchs um etwa 8%. Die Stabilität fast 100%. Also der Wachstum ist Jahr für Jahr immer etwas größer geworden. Man sieht hier die Wachstum auch knapp 3%. Das ist ja sehr gut. Und dann schauen wir uns auch hier mal den Dividend-Check an. Hier 13 von 15 Punkten. Ja, auch nicht schlecht kann man sagen. Dividendrendite liegt hier dieses Jahr etwa bei 2,6. Nächstes Jahr bei 2,6. Und etwa Dividendwachstum nicht so hoch. Aber der ist noch stabil 3% und man sieht ja hier ununterbrochene Zahlungen der Dividenden sind 23 Jahre. So, das war auch ein konservativer Wert. Dann kommen wir zum nächsten aus den Niederlanden. Das ist Unilever. 10 von 15 Punkten nur gekriegt. Dennoch halte ich das Unternehmen für sehr, sehr rentabel. Besonders, weil die sehr stark in Emerging Markets enthalten sind. Also die expandieren dort. Also China zum Beispiel. Und da ist der Markt noch recht jung. Und da können sie noch enorm, enorm wachsen. Also wenn man auch Emerging Markets investiert sein möchte, dann ist Unilever kein verkehrtes Unternehmen. Auch dieses Unternehmen habe ich sehr, sehr gut bei mir gewichtet. Auch meine Kids haben das Unternehmen im Depot. Ja, also man kann sagen, das Unternehmen ist aus den Niederlanden. Die haben zwar in Europa auch, verdienen ihr Geld. Aber wie gesagt, die breiten sich in China, also Emerging Markets, sehr rasant aus. Und das gefällt mir da besonders, besonders, besonders gut. Gut, so, also dann Eigentalkrendite 50%, Volatilität unter 3%. Also man sieht diese konservativen Werte, die haben wirklich alle so unter 3%. Also zwischen 2,5-2,8% Volatilität, also Schwankung. Man sieht, das Risiko ist geringer und dennoch sind die sehr stabil. Performance pro Jahr hier 6%, das ist in Ordnung. Und Dividende bei etwa 3% kann man nicht meckern. So, Dividendcheck, 12 für 14 Punkten. Also kann man sagen, auch das ist sehr, sehr ordentlich. Man sieht hier erwartet für dieses Jahr etwa 3,2% Dividenderendite. Und unterbrochen schon seit 10 Jahren. Die Dividende angehoben um etwa 7-8%. Also das ist schon ordentlich. Wo bekommt man denn pro Jahr eine Gehaltserhöhung von 7 oder 8% jährlich? Und das schon seit 5 oder beziehungsweise 10 Jahren. Gibt es nicht so oft. Bei Unilever gibt es das schon. So, dann kommen wir schon zu den letzten Unternehmen hier. Bristol Myers Quibb. Das Unternehmen steht auf meiner Watchlist aus dem Bereich Healthy Care, also Gesundheit. Umsatzwachstum der letzten 5 Jahre im Schnitt von 10%. Gewinnwachstum der letzten Jahre auch um 10%. Was immer mehr? Ein Kapitalrendite für ein Gesundheitsunternehmen wie Bristol Myers ist 18%, 20% schon sehr, sehr gut. Die Nettomarge auch hier 13%. Rendite auf das eingesetzte Kapital. Also das eingesetzte Kapital wird hier um 12% verzinst. Das ist also auch schon ordentlich. Natürlich wäre es 15 oder 20% mehr, aber 10% ist schon nicht schlecht. Volatät hier etwas höher, 3,6%. Und dann schauen wir uns auch hier nochmal den Dividendencheck an. Hier 14 von 15 Punkten. Auch hier zwei Daumen hoch für als Dividendenwert. Hat er sich bewährt. Dividendenrendite bei etwa 3% und zahlt die Dividende schon 35 Jahre ununterbrochen. Dann Dividendenwachstum nicht so stark wie bei anderen, aber man hat ja hier schon eine Dividendenrendite von etwa 3,2%. Die wächst hier um 3% jährlich, zumindest war das die letzten Jahre so. Ja, dann haben wir noch einen Wert aus den USA und zwar Colgate-Palmolive. Hier könnte man auch sich Procter & Gamble anschauen. Beide haben ungefähr den ähnlichen Kundenstamm, sag ich mal. Hier 11 von 15 Punkten hat Colgate. Dann gucken wir mal, der Dividendencheck ist 13 von 15 Punkten, also auch hier sehr solider Wert. Man sieht hier KGV von etwa 25, die Dividendenrendite etwa um die 2%. Dieses Jahr wird es auch ungefähr so erwartet, 2,3-2,2%. Und man auch hier der letzten 5 Jahre etwas weniger angehoben, die Dividende, aber trotzdem im Schnitt so zwischen 3,5 und 7% jährlich wurde die Dividende der letzten 5-10 Jahre durchschnittlich pro Jahr angehoben. Dann schauen wir uns, glaube ich, jetzt den letzten Wert an. Ne, das war der letzte Wert, genau, Colgate-Palmolive war der letzte Wert. Also wir haben Colgate-Palmolive, haben wir als defensiven Stabilisator im Depot. Dann Bristol-Meyer-Skript, den ich auf meiner Watchlist stehen habe. Hier 14 von 15 Dividendencheck-Score-Punkte. Einer der besten Unternehmen, also laut Dividendencheck. Dann haben wir Unilever, einer meiner Lieblingsunternehmen. GlaxoSmithKline aus Großbritannien auch dabei. Dann Johnson & Johnson, einer meiner größten Positionen im Depot. Dann Simrise aus Deutschland, 14 von 15 Punkten. Und Roche, hier sehe ich zwei gute Dinge, einmal aus dem Bereich Gesundheit. Das werden wir immer noch brauchen in den nächsten Jahren. Und zweitens die starke Währung Franken. Kann man sich auch natürlich Nestle anschauen als Alternative zu Roche. Aber Roche ist auch ein ganz, ganz feines Unternehmen mit einem Qualitätscheck. 14 von 15 Punkten für Dividendenjäger-Unternehmen. Wenn man natürlich ein etwas konservatives Portfolio oder halt Beimischung haben möchte. Das waren jetzt 8 defensive Werte. Die meiner Meinung nach in jedes Depot, zumindest einige von diesen, gehören. So wie bei mir auch. Ich kann nochmal sagen, welches Unternehmen ich noch habe. Also hier Roche habe ich einfach mal als, wenn man es weiß. Sunrise ist auf meiner Watchlist. Dann Johnson & Johnson, einer meiner größten Depots. Also 2. Glasses mit Klein. Dann Unilever 3. Dann Bristol-Myers auf Watchlist. Und Colgate. Primorif hatte ich auch gehabt. Habe ich gegen Flockter & Gamble eingetauscht. So, also ich habe auch noch, genau. Na, wo ist es? Das Großbritannien-Unternehmen da. Glasses mit Klein habe ich natürlich auch. Also 4 Unternehmen von diesen 8 habe ich, 2 von denen auf meiner Watchlist. So, ja, das war ein bisschen halt so den konservativen Werten. Also man sollte nicht nur, nicht nur auf Technologiewerte jetzt, ja, sie stürzen. Nur weil sie halt jetzt in den letzten Monaten, Wochen sehr, sehr gut gelaufen sind. Und auch aus der Krise natürlich verstärkt gekommen sind. Das bedeutet nicht, dass es in der Zukunft sie nicht wieder fallen können. Und deswegen sollte man immer sein Depot so breit wie möglich streuen. Natürlich hat es vielleicht keinen Sinn, jetzt 100 Unternehmen. Aber man kann sich doch schon recht ordentlich mit 20, 25 Unternehmen breit aufstellen. Aus unterschiedlichen Ländern, aus unterschiedlichen Sektoren. Und dann auch natürlich einige Wachstumswerte vielleicht, wie halt eine Alphabet oder halt eine Facebook. eine Compo Group und eine Nvidia. Aber dazu dann auch vielleicht eine Johnson & Johnson, eine Procter & Gamble, eine Korgate. Eine Unilever mit dazu nehmen. Eine Roche. Dass man auch verschiedene Länder hat, verschiedene Währungen mit drin hat. Und natürlich verschiedene Sektoren. Und dann ist natürlich dieses, ja, praktisch streuen gegeben. Und man kann vielleicht auch besser, etwas besser schlafen. Ja, also nochmal, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Und mich würde einfach interessieren, ob du auch diese defensiven Werte im Depot hast. Und welche defensiven Werte du im Depot besitzt. Also, einfach mal in die Kommentare rein. Ansonsten bedanke ich mich fürs Zuschauen. Und würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Tschüss.